hey leute und willkommen zu einer schnellen runde minecraft badwars zweimal vierer teams rush und ja genau das war es auch schon ja ich brauche eine runde für heute und ich hätte jetzt eine vierer runde oder so angefangen aber das ding ist ja gut dass die halt immer ein bisschen länger dauern und ich brauche die runde schnell weil ich gleich noch andere dinge machen muss und deswegen zacki zacki tun muss da richtig durchraben und ja das mal schaffen mit einer sneaken runde schnicken mit wasch von xizuma 204 teams nur das heißt es geht ziemlich schnell jetzt das wäre ganz amüsant ok sehr gut ja das ist gut zack direkt weiter go 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 direk die nächsten blöcke egal wie viel bronze ich habe jetzt rush ist wichtig direkt go go power rangers einmal kurz hier zack 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 okay einmal kurz dass nicht die typen mit der hand das direkt kaputt kriegen und dann wieder normale blöcke hoch bauen nicht hoch bauen doch ich weiß es nicht so richtig gerade macht eine treppe schreibt pvp sehr gut Achtung links ja ok mein team hat's raus das ist cool so macht das spiel auch mehr spaß Dankeschön das war amüsant jetzt schnell ein schwert das habe ich ihm gerade noch so weggesneakt das war richtig cool er baut so ein ganz entspannt ne und dann auf einmal zack war es das mit dem bett das einbauen kannst du dann sein lassen ne war damit gemeint so da haben wir schon gewonnen ganze drei minuten gegen die runde gg das war's leute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch einfach mal eine positive bewertung da wenn ihr mehr wollt also wenn ihr längere runden wollt schreibt das bitte in die kommentare ich weiß dass das jetzt eine sehr sehr kurze runde war das ging nur drei minuten 35 bis jetzt und das tut mir auch leid deswegen verspreche ich euch jetzt ok ihr habt es gehört versprochen ich werde heute noch eine runde aufnehmen für morgen rendern hochladen für übermorgen rendern hochladen und dann haben wir erstmal lange runden wieder und ja wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lasst einfach eine positive bewertung da und abonniert uns um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut herein und ciao